Sie haben eine Tochter, Herr Holzweber leckt ab jetzt. Jetzt putzen Sie selber, Herr Mudri. Ist das günstiger oder? Das kostet mehr. Ja, so geht es zu in der Autoreinigung Holzweber. Ein rotes Tuch für alle Autoreiniger. War es die Rolex oder was ist das? Ja, jetzt ist er richtig, Herr Mudri. Jetzt zeigt er. Du nimmst deiner Frau den Staubsauger weg. Ich meine, das ist unglaublich. Das darf aber nur der Herr Mudri sich so benehmen, oder? Dafür zahlt er das Doppelte. Ja, ja. Freiwillig aber. Freiwillig. Ein Arsch oder kein, aber... Eine schöne Unterhose mit der Autoreinigung. Ist auch was. So, jetzt lassen wir die Herren putzen, weil sonst, ja, haut er mir noch eine rein und das würde ich auch nicht leisten. Ja. Ja. Ja.